Hallo zusammen, wir haben es geschafft, wir sind hier auf den stornernen Mandeln. Tipp von Magdalena. Vielen, vielen Dank Magdalena, es ist super, super genial hier. Ja, hier haben offenbar die Kelten getanzt früher, Hexen sagt man. Und im Hintergrund sieht man super geil die Dolomiten, den Rosengarten zum Beispiel. Wir sind jetzt gestärkt nach einer kleinen Jause und machen uns auf den Abstieg nach Haflingen. Danke nochmal!